Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide, Healer und Medium und ich führe Menschen zurück zu ihrer ureigenen Klarheit. Auch mit meinem Podcast Lebe Deine Klarheit. Herzlich Willkommen, schön, dass Du dabei bist. Wir haben gerade Montag und vor ein paar Stunden ist mein Podcast 188 erschienen. Die Welt verändern. Ja, und genau dazu möchte ich zum einen nochmal was sagen. Gegebenenfalls in einer Sache und gleichzeitig ist es wieder das große Ganze. Aber wenn Du die Welt verändern von mir angehört hast, ich habe schon viele schöne Feedbacks darüber bekommen, herzlichen Dank. Dann weißt Du eh, dass ich ein Fan davon bin, Einzelteile grundzuhaben und gleichzeitig Einzelteile wieder zu einem Ganzen zusammenzufassen. Zusammenzufassen. Und genau deshalb möchte ich heute für morgen etwas special sagen. Ich möchte Dich nochmal ganz explizit einladen zu meinem Webinar am Dienstag, den 24.11.2020 am 20 Uhr. Es geht darum, wie Du mehr Sinn, Spaß und Spirit in Dein Leben holst. Und bei der Überlegung, was mache ich? Mache ich da ein Webinar? Was könnte ich insgesamt anbieten? Hat sich tatsächlich das Jahr 2020 angeboten. Ich will jetzt gar nicht über die interessanten, tja, da fällt mir gleich gar kein Wort ein, weil Fakten sind es keine, Tatsachen demzufolge auch nicht. Ich will nicht Gegebenheiten, nennen wir es Gegebenheiten sagen, sondern ich bin heiler und so lösungsorientiert, dass ich aus dem, was da kommt, etwas Gutes machen möchte. Und das, was ich da wiederum anbiete, ist natürlich in meiner Wertewelt etwas Gutes. Ob das wiederum für Dich passt und ob Du es nehmen möchtest, das ist Deine Entscheidung. Doch Du solltest zumindest wissen, was ich da gerade mache, um eine Entscheidung treffen zu können. Das ist bei allem so. Bei allem, wo wir eine Meinung oder ein Urteil oder ein Vorurteil haben, haben wir erstmal aufgrund der gegebenen Informationen bis Fakten gesammelt und dann entschieden. Und ich möchte Dir das Webinar ans Herz legen. Schlicht und ergreifend, weil es eine wertvolle Stunde ist, die gleichzeitig kostenlos ist. Ich habe tatsächlich, was ich selten mache, etwas schriftlich dafür gemacht. Normalerweise, wie jetzt hier, spreche ich frei, das plane ich nicht vor. Meine Lives, wenn Du die auf Facebook siehst, die plane ich auch nicht, sondern die spreche ich spontan. Ich bin am besten, wenn ich spontan bin. Tja, dann hoffe ich, dass ich morgen trotzdem gut bin, weil ich tatsächlich mal, wie heißt es da, Römmpömmpömm, Smörebröt, Smörebröt, Römmpömmpömm. Ich habe da was vorbereitet. Habt ihr, hast du Muppets Show noch geguckt oder war jetzt das gerade etwas, womit du gar nichts anfangen kannst? Ich habe was vorbereitet. Ich habe tatsächlich mir schriftlich Gedanken gemacht über mein Webinar und habe viele Seiten. Und ich möchte einfach gerade kurz vorlesen, was die zweite ist. Weil du einfach jetzt schon entscheiden sollst, ob du dich überhaupt anmelden möchtest. Weil wenn die drei Punkte, die ich gleich aufzähle, eh nicht deine sind, dann wünsche ich mir und dir, dass du deine Lebenszeit besser nutzt, als bei mir beim Webinar zu sein. Die Überschrift heißt, schön, dass du da bist, denn hier bist du genau richtig. Ich könnte da eigentlich noch ein Wenn einsetzen. Der erste von den drei Punkten ist, du möchtest tauschen Angst und Zweifel in Leichtigkeit und Klarheit. Also wenn du jetzt gerade erlebst, gerade schon länger, dass schon Angst und Zweifel recht häufig in deinem Leben sind und dich tatsächlich ausbremsen, dann ist zumindestens mal ein Punkt, dass das Webinar morgen oder heute, je nachdem, wann du es anhörst. Ich spreche es jetzt einfach mal als morgen, weil heute bei mir Montag ist. Dann ist es schon mal richtig passend. Der zweite Punkt heißt, du wünschst dir Orientierung. Was du im Leben wirklich willst und wie du das umsetzt. Im Guiding erlebe ich immer wieder, dass die Menschen, auch wenn sie sagen, dass sie nicht wissen, was sie wollen, wir kommen dann meistens drauf, schon recht gut eine Ahnung haben, was da in ihnen alles schlummert. Aber irgendwie merken sie es erst durch meine Übersetzung, dass sie viel mehr in ihrer Klarheit sind, als sie von sich selbst auch glauben. Und darauf bezogen fällt es ihnen dann auch viel leichter, das umzusetzen. Also wenn Punkt zwei auch irgendwie in dir klingelt, dann bist du genau richtig. Punkt drei kenne ich auch von sehr vielen Kunden. Also du siehst, ich habe eigentlich dieses Webinar aus den Problemen, Sorgen, Ängsten, Zweifeln, Nöten meiner Kunden gemacht. Also was sind die aktuellen Themen? Was schmerzt? Punkt drei. Du willst nicht mehr alleine rumprobieren. Dir ist klar, dass Veränderung leicht und lustig sein darf. Ich habe tatsächlich Kunden, die sehr lange um mich rumschleichen, bis sie endlich mal da sind und dann am Ende vom Guiding nur eins bedauern, warum sie so lange alleine rumprobiert haben. Und ich kenne auch den Satz von vielen, die sagen, naja, es ging auch schon wieder fünf Schritte vor, aber dann waren es auch wieder drei Schritte zurück. Und wir sind halt so gepolt, dass wir nicht auf die fünf Schritte schauen und uns freuen, sondern auf die drei und mit uns hadern. Und weißt du, ich glaube auch, dass viele Menschen in sich spüren, dass Veränderung eben nicht schwer und hart ist, wie es uns eingeredet worden ist, sondern wirklich so, wie ich es geschrieben habe. Es darf leicht und lustig sein. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, einer bis vielleicht alle drei Punkte sind was und du hast dich noch nicht angemeldet, dann tu es. Geh dafür auf meine Homepage manuelastarkmann.com, Klick oben rechts auf Events und dann wirst du sehen, dass du dich zum Webinar anmelden kannst und dir deinen Platz dort sichern. Du bekommst im Webinar einen Bonus angeboten, den wird es öffentlich nicht geben. Der Bonus ist aus meiner Sicht wichtig für das, was ich dir gleich noch erzähle. Ich spreche natürlich über die aktuellen Probleme der Menschen, aber ich finde es viel wichtiger zu erkennen, was passiert aus Problemen, was folgt denen oder erfolgt denen, obwohl es kein positiver Erfolg ist, um dann wirklich auch über Lösungen zu sprechen. Weil natürlich kannst du sagen, ich fühle mich verstanden, wenn ich dir die Probleme benenne. Und im Webinar sehe ich und fühle ich die Menschen. Also das heißt, ich werde auch sehen und fühlen, was deren Themen so grob sind. Aber dir geht es ja nicht um das mit Puderzucker bestreuen deiner Probleme, sondern du möchtest ja Lösungen. Klarheit, Heilung, Lösungen. Weg von den Problemen hin zur Klarheit. Und das ist das Tolle. Da bist du der Entscheider. Du bist der, der überlegt. Und du kannst aus dem Webinar an sich schon viel mit rausnehmen. Aber in dem Webinar geht es um was ganz Besonderes. Ich möchte die Lorbeeren tatsächlich meinem Mann geben. Du weißt sicher, dass ich sehr auf Quellenhinweis stehe. Urheberrecht. Und sich nicht mit fremden Federn schmücken. Und ohne meinen Mann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Alleine mal jetzt. Wir haben gerade Montagnachmittag. Gestern hat sich gezeigt, dass der nette Bill Gates und seine Mannschaft in einer Windows-Update seit wahrscheinlich schon zwei, drei Wochen irgendeinen fiesen Fehler drin hat. Und es hat eine dermaßige Auswirkung auf meinen Computer, dass gestern weder Mikro noch Kamera ging. Sonntagabend merken wir das, vor der Generalprobe. Ich bin nur froh, dass es nicht am Dienstagabend war. Um 20 Uhr startet das Webinar. Also das ist noch das Gute an dem Mist. Aber gegebenenfalls, ich bin Guide, Healer, Medium. Kannst du dir vorstellen, wie mich das in eine Schockstarre versetzt, wenn die Technik nicht geht? Und wir haben heute schon mit meinem Hardware-Spezialisten telefoniert, haben jetzt eine Grundlösung. Aber ey, ich kann dir sagen, das ist jetzt echt heftig, das kurz vor dem Webinar. Und gleichzeitig ist es auch wieder so, dass ich mir denke, es ist eine Übung. Also ich denke ja grundsätzlich immer, es ist alles eine Übung. Und in dem Fall Stresstest, Vertrauen, nämlich meinem Mann und dem Herrn Hagen in Nürnberg. Der macht alles, was mit PC-Software zu tun hat, einfach nur richtig gut. Ich habe gerade den Kater hier neben mir. Und ja, ich wäre im wahrsten Sinne des Wortes nicht da, wenn es mein Mann nicht gäbe, weil der hat jetzt tatsächlich hier die Technik übernommen. Und er hat übernommen, wie das, was ich über das Seminar mit anbieten möchte, einen Namen hat. Und bei aller Klarheit, ich finde, beweg endlich deinen Arsch richtig toll. Und es hängt ja von der Modulation ab, wie man sagt. Es ist kein Vorwurf. Ich weiß von den Menschen, dass die sich wirklich selber sehr plagen. und das nicht wirklich weiterkommen. Nichts ist, womit sie es sich leicht machen. Also wie gesagt, einer der drei Punkte war ja, wenn du alleine schon ganz viel probiert hast und es irgendwie einfach nicht funktioniert. So, jetzt laufe ich mal kurz hin und her, weil der Kater möchte raus, glaube ich. Und draußen ist der Boden nass, weil ich gerade eben geputzt habe. Na Schmusi, magst du raus? Vom Schmusi hast du auch schon oft gehört. Wahrscheinlich. Oder du hast auch vor allen Dingen Facebook die Fotos von ihm gesehen. Den liebe ich ohne Ende. Der ist so ein Geschenk. Was ich durch dieses Tier gelernt habe. Puh. Hammer. Also, wenn ein Mensch nicht in die Veränderung kommt, dann ist es ja nicht, weil er nicht will, sondern weil einfach wahnsinnig viel bremst. Und das kann ich verhältnismäßig gut erkennen. Und genau deshalb möchte ich zum einen im Webinar genügend Lösungen anbieten, dass du mit dem Webinar an sich schon weiterkommen kannst. Dann möchte ich mit dem Bonus gekoppelt an die Bewegt deinen Arschlösung noch was eben als, ich nenne es jetzt mal Arbeitsmaterial mitstiften, weil es einfach wichtig ist. Wenn du beim Webinar bist, ist es mit Bonus. Wenn du dich danach entscheidest, ist es ohne Bonus. Ist aber auch nicht schlimm. Und ich werde ganz bewusst für das, was ich vorhabe, Mut zum Glück, beweg endlich deinen Arsch. in sieben Etappen zu mehr Leichtigkeit als ich nenne es jetzt mal Guiding und Healing Paket anbieten. Das kannst du jetzt nur nicht buchen. Das geht erst ab dem Webinar, ab 24.11. am Abend. Und ich habe auch ganz bewusst mir gedacht, okay, ich starte das dann ab 21.12. weil einfach dann langsam die Ferien beginnen, Urlaub ist und ich fürchte, dass wir Weihnachten nicht so verbringen, wie viele es sich wünschen, nämlich Familie und Freunde zu besuchen, sondern dass wir leider sehr aufs Haus beschränkt sein werden, aufs Zuhause sein. Und eigentlich wollte ich erst im nächsten Jahr starten und dachte mir mit den aktuellen Gegebenheiten, nee, wir können ja alle sieben Etappen immer individuell ausmachen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, viele Menschen, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, warten zu lange. Und wer sagt, ich bin dabei, aber nicht ab 21.12., sondern ab, keine Ahnung, 25.12. Manuela, machst du das? Das ist ja eigentlich ein Feiertag. Ja, klar mache ich das. Ich habe mir ganz bewusst diese vier Wochen im Winter für alle Menschen freigehalten, die sich zu sieben Etappen anmelden möchten. Was ich da alles mache, möchte ich dir eher im Webinar erzählen. Wenn du schon vorher bei Ist es für dich richtig, bei den ein bis drei Punkten Ja sagen konntest, dann solltest du es dir anhören, schlicht und ergreifend, weil du da schon so viele Lösungen bekommst, dass du schon viel, viel, viel selber machen kannst. Und wenn ich dich erreichen kann, im Webinar mit dem Bonus, der ist dann offen für einen Tag, für 24 Stunden, weil du sollst einfach diese berühmte Nacht drüber schlafen. Also ich finde es einfach wichtig. Man sollte eine Nacht drüber schlafen. Ich würde den Menschen immer empfehlen, was war dein erster Impuls und eine Nacht drüber schlafen. Da kann man dann übrigens auch gut noch klären, was machen die inneren Ratgeber? Was sagt der erste Impuls und wird dann der erste Impuls torpediert? Aber das ist ein anderes Thema. Bedeutet, dann ist eine Woche lang die Möglichkeit zu den sieben Etappen. Auch wenn du nicht im Webinar sein solltest, findest du es dann für eine Woche auf meiner Homepage. Da das eine sehr intensive Zeit ist mit den sieben Etappen, habe ich jetzt mal bewusst gewählt, dass ich es für dafür zehn Plätze anbiete, weil zehn Plätze sieben Etappen das soll ja auch in den Kalender reinpassen. Und beim Entwickeln und auch währenddessen ja ein Guiding haben, mal persönlich, mal telefonisch, mal per Zoom, eine Fernheilung, eine Heilung, eine Meditation, war es halt echt immer so, dass ich den Menschen, weil ich mich so sehr mit dem Webinar beschäftigt habe, noch mehr als normal zugehört habe, nämlich mit dem, wie nenne ich es denn, neuen Aspekt im Arbeitsspeicher, ist das, was sie sagen, was ihre Nöte sind und das, was ich ihnen als Empfehlung, als Heilung weitergebe, etwas, was im Webinar auch schon richtig gut und wertvoll ankommt. Und vielleicht kennst du das, das ist so, mir hat mal ein Bekannter gesagt, seit ich ein Wohnmobil suche, fällt mir auf, wie viele Wohnmobile unterwegs sind und wie viele Wohnmobilzeitschriften es gibt. Ja klar, weil hat man den Fokus nicht auf Wohnmobil, guckt man nach etwas anderem, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in dem Moment, wo man sich nach etwas, in dem Moment, wo man nach etwas Ausschau hält, ein Wohnmobil oder Klarheit oder Leichtigkeit, fällt natürlich auf einmal auf, wow, was gibt es denn da schon alles? Und ich bin richtig dankbar, dass ich sagen kann, sowohl das Webinar als auch Beweg endlich deinen Arsch ist wirklich bezogen auf das Leben. Weil da soll es ja zu helfen. Lebe deine Klarheit. Es soll dir helfen, stabiler zu sein in deiner Mitte, stabiler in deiner Mitte, um mit den Stürmen von außen klar zu kommen. Ob es jetzt eine Brise oder ein Sturm ist, einfach gefestigter zu sein. Weil ich erlebe wirklich, dass bei vielen Menschen der Aspekt so ist, es fehlt oft der Sinn. Ja, und gerade jetzt, wo man nicht mehr seiner Arbeit, die hoffentlich für viele Menschen wirklich einen Lebenssinn, eine Berufung bedeutet, da wird es schon schwierig, Spaß, wird jetzt nach, was sind denn das, acht, neun Monaten, also ich glaube, bei den Gelassensten, und da zähle ich mich grundsätzlich mit dazu, ist auch manchmal so der Humor ein bisschen abhandengekommen. Manchmal finde ich es gar nicht mehr so lustig. Und dann merke ich wieder, wie ich in die Selbstübung gehe, um wieder in meiner Mitte, in meiner Klarheit, in meiner Leichtigkeit zu sein. Weil ich, wenn ich, was für jeden Menschen aus meiner Sicht gilt, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dann wird alles, was von außen an Scheiße kommt, noch schwerer. Und passiert es fünfmal. Ich schaue manchmal echt in die Gesichter. Die Menschen sehen so zerdrückt, erdrückt aus. Mir tut es so leid, ich will das nicht. Und ich möchte, ich möchte, dass wir, ja, dass wir die Welt verändern. Weißt du, manches kann man im Außen nicht anders machen. Ich wünschte, ich könnte alles, was mit Politik und Reichtum und Status zu tun hat, verändern. aber ich kenne die Menschen ja nicht mehr. Und je, ich sage jetzt mal, böser oder auch korrupter jemand ist, was soll ich da machen? Aber das ist nicht das Argument zum Aufgeben, sondern das ist für mich das Argument zum Klarwerden, weitermachen, machen, umsetzen. und zwar das, was im Leben immer das Wichtigste ist. Mit Selbstfürsorge, auf sich selbst schauen, in Klarheit sein, den Arsch bewegen, sich nicht durch, das kannst du nicht, das macht keinen Sinn, da bist du aber der Einzige, der das so sieht und ähnlichen, bremsenden Sätzen, sich aus dem Gleichgewicht rausbringen zu lassen, sondern wirklich in Balance zu sein. Und ich erkenne das an, dass es gerade nicht leicht ist. Der Punkt ist nur, wie ist meine Sichtweise drauf? Ist es ein, ja stimmt, ist es schwer und scheiße? Oder ist es ein, was kann ich draus machen? Manchmal, ich gebe es zu, weil das ist wichtig, dass du das weißt, dass es mir so geht. Manchmal mit, ja, Absicht mit Mühe. Ich, ich, ich habe dann richtig Mühe, noch das Positive zu sehen. Es ist nicht so, dass ich immer nur glücklich und zufrieden bin und wenn ich irgendwie eine neue Manipulation höre oder dann in Facebook bin und irgendwie in der Timeline, wo ich mich sehr selten aufhalte, aber genau dann irgendwas ist, wo wieder irgendwelche Quellereien an Tieren stattgefunden haben, wo ich mir echt denke, oh Mensch, was machst du nur? Was machst du nur? Aber das ist dann für mich immer wieder, ich sitze hier an meinem Bildschirm vor zwei Kugeln, also eine Bergestallkugel und eine Rosenquarzkugel. Es ist immer, wie schaue ich drauf? Schaue ich auf, es ist schwer, ich kann nichts ändern, alles scheiße, ich brauche meinen Arsch nicht zu bewegen, weil es hat eh alles keinen Sinn. Oder ist es ein, ja, es ist schwer. Brauchen wir ja im Sinne von, ich nehme es jetzt mal für Schwörungstheorie, brauchen wir ja gar nicht rummachen. Es ist ja keine Theorie, dass es schwer ist. Es ist Praxis. Es ist gerade schwer. Aber ich glaube, dass man nur mit der Erkenntnis von etwas bewusst in die Veränderung gehen kann und dass wir manchmal tatsächlich den Mut, die Erlaubnis zum Ich darf Glück haben, ich habe Glück verdient, ich darf glücklich sein, haben dürfen. Weil sonst schauen wir immer nur von der einen Seite, ja, es ist schwer, also kann ich nichts machen, also bleibt es kacke, auf die Kugel und ich möchte eher, ich möchte eher, Quatsch, streich eher, ich möchte auch nicht. Ich will, dass es den Menschen besser geht. Und als Guide gehe ich diesen Weg voraus und als Healer sage ich dir auch offen und ehrlich, wo ich strauchel. Damit du siehst, Straucheln ist normal, das passiert jedem. Andere sagen es halt nicht und dann denkst du, wow, wenn du strauchelst, dann liegt der Fehler bei dir. Nein. Und darum möchte ich dir zu aufzeigen, bei dir liegt kein Fehler. Ich strauchel auch und ich gebe es offen zu, weil das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist üblich. Nicht normal vielleicht, weil es sollte nicht so sein. Wir sollten hier als normal lebend haben, dass wir alle gesund und glücklich sind. Dass es hier kein Leid gibt. Das wäre normal. Aber es ist halt üblich, dass eher das Gegenteil stattfindet. Und genau deshalb ist es so wichtig für jeden Einzelnen anzuerkennen, ja, es ist schwer. Ja, es fällt mir gerade schwer. Aber was ist das Gegenteil von schwer? Leicht, Leichtigkeit. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, in sieben Etappen zu mehr Leichtigkeit zu kommen, dann habe ich den Mut, bewege meinen Arsch und gehe dazu. Ich habe es gemacht. Und genau deshalb fließt alles, was ich in diese sieben Etappen einbringe, alles an Wissen, Erfahrung und Intuition für die Menschen, die das auch wollen, ein. Und darum lade ich dich nochmal herzlich zum Webinar ein. Im Webinar, ausschließlich im Webinar, gibt es den Bonus. Und ansonsten steht bis zum 30.11.2020 um 23.59 die sieben Etappen für dich zur Verfügung. Und das ist mein die Welt verändern. Und ruhiger werden, alleine mal mit dem Aspekt, schau mal mal, wie morgen die Technik brav ist. Das wäre so schön. Also vielleicht magst du mir auch die Daumen halten. Ob du im Webinar dabei bist oder nicht, halt mir die Daumen, da freue ich mich total drüber. Weil weißt du, ich bin in anderen Sachen hervorragend, in Technik nicht. und genau deshalb bin ich meinem Mann, dem Tom, so dankbar, dass er da die Ruhe in Person ist, dass er Aspekte übernimmt, wo ich einfach nicht für gemacht bin und auch sagt, ich kümmere mich, mach du deins. Das war übrigens auch eine Etappe zum Lernen, etwas abgeben zu dürfen. Ich muss nicht alles kontrollieren. auch ein wichtiger Aspekt. Weil wir kontrollieren viel zu viel, obwohl es überhaupt nicht in unseren Händen liegt. Demzufolge fühl dich eingeladen zu allen drei Aspekten Webinar, Bonus und beweg endlich deinen Arsch. Schön, dass du bei diesem Special dabei warst. Fühl dich umarmt, alles Liebe, deine Frau Klarheit, Manuela Starkmann und fühl dich immer getragen von dem Satz Liebe, deine Klarheit.